Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln, Bundesliga 2023-2024, dritter Spieltag, Eintracht Frankfurt gegen RCFC Köln, Ergebnis 1 zu 1. Start 11, Eintracht Frankfurt, Trapp, Tutta, Kork, Kork, Pacho, Skiri, Leraison, Putz, Max, Mario, Gottsee, Dina, Grimby, Mahmoud, Rosa, Start 11, RCFC Köln, Schwebe, Schmitz, Hübers, Schabot, Paradara, Juppik, Machthel, Waldenschmied, Kainz, Mainadikes, Das war's von Eintracht Frankfurt gegen RCFC Köln, 16.52 Uhr.